Und ein lachender Tod, der böse ist. Okay, alles andere ist... Ja, witzlos eher. Hier, schnell! Sofort! Schnell! Ja, vorwärts! Zur Ehre, Aonius! Wir werden angegriffen. Nie teilt und nicht rächen! Linien müssen halten! Ihr seid schwach! Das ist wiederum nicht so gut. Gehen fort mit uns! Uh, das war echt knapp. Nie teilt und nicht rächen! Auf mein Kommando. Nie teilt und nicht rächen! Nie teilt und nicht rächen! Wer ruft mich? So. Yo! Folgt mir! Damit wird das erledigt. Schnell! Also ja, natürlich, wenn alle Skilette auf... ...so ein Avatar einstreschen... Nur zu! Zwerge! Ist das nicht so toll? Okay. Also Ressourcenprobleme sollten wir keine so schnell kriegen. Ich meine, wir könnten über 100 neue Verteidiger noch ausbilden und ich habe nicht vor, so viele zu opfern. Mal gucken, wie viel XP uns diese Untoten da noch geben. Ja, man hat gesehen, wir konnten... ...kommt mit ihm klar einigermaßen, sogar ohne Verluste, aber das waren ja nur zwei Starke. Ja, das heißt, als nächstes geht es dann wieder nach Miratour, den Bogen anfertigen. Und dann geht es nach Tirga nach, flink den Schatz geben. Und ja, wir brauchen noch Nahrung. Vielleicht versuche ich schon mal, die ersten Skilette, die an den Türmen da sind, ja nur acht... ...rauszulocken und mit den 70 zu töten, die ich hier habe. Zu allem entschlossen! Kampfbereit! Yo! Und los! Aber dann für die anderen wird es etwas heftiger. Da muss ich irgendwie gucken, wie ich sie rauslocken kann. Okay, es sind zum Glück nicht so viele Schützen, wie ich jetzt gedacht hätte... ...gedacht hatte. Nur zu, Zwerge! Hier bin ich! Wo ist der Feind? Nur zu! Auf geht's! Ich höre! Den Weg! Okay, okay... Ja! Zur Seite! Nein, aus! Die Türme können wir zum Glück so gut wie nichts anhaben. Irgendwie weht der Champion nicht. Oh, jetzt wollen sie. Die Ahnen rufen uns! Die Ahnen rufen uns! Marschieren los! Was ist denn, wie wir hier in der Karte warten? Meine Axt wartet schon! Die Ahnen rufen uns! Was ist eine Falle? Mehr davon! Los! Ich will nicht das Monoment aufgeben. Meine Axt wartet schon! Was ist eine Rundung? So, Kampf bereit! Mach bloß! Oh, au. Das tut weh. Das tut sogar verdammt weh. Ah, liegt noch einer. Puh, der ging nicht durch gut. Jajks. Puh, der ging nicht durch gut. Hier sollte ich definitiv öfter mal speichern. Kampf bestem Schritt voraus. Also zum Beispiel jetzt so mal. Ja, zur Seite. Okay, das will ich mir. Das ist genau das, was ich nicht will. Ja. Lasst sie nur kommen. Kommt nur her. Mehr davon. Los. Das ist eine Falle. Zu allem. Was ist los? Ja. 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 Nie teilst du mich rächen. Wer ruft mich? Aus. Kommt nur her. Ja. Lass sie nur kommen. Kommt nur her. Die Ahnen rufen uns. Das ist euer letzter Fehler. Hier bin ich schierenlos. Die Ahnen rufen uns. Was stecke ich denn? Warte. Ja. Ja. Das ist ja immer noch. Die Ahnen rufen uns. Ja. 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 das heißt jetzt die fünf punkte in stärke die nächsten fünf wird ausdauer auf mein kommando zu allem entlassen los bald haben wir genug nahrung für die letzte stufe wir haben schon teil der skelette hier abgehobst die lachenden tode hier vorne die ein bisschen doof werden aber ja jetzt lasst uns erstmal die armee komplett aufstellen das dauert ja auch nicht mehr lange also dass wir die nahrung haben auf mein kommando jetzt nämlich kampfbereit also 80 verteidiger gegen 12 plus 10 macht 22 26 sind nette aber nicht alle auf einmal wir müssen die irgendwie raus ja wie gesagt materialien haben wir genug ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Kann ich jetzt eigentlich irgendeine neue Waffe benutzen? Die würde etwas... Oh, die würde gut mehr Schaden machen Oh, die würde gut mehr Schaden machen! Oh, die würde gut mehr Schaden machen!